Die Petra wird heute 40 Jahre und feiert heute eine Feste. Auf jeden Fall sind wir heute geschehen zum Runden alles Beste. 40 Kissen nur anzuholen, die soll man nicht ganz ernst nehmen. Oder musst du jetzt schon mal den Thron am Fernsehen laut drehen? Mein lieber Peter, ich habe gerade der heutigen Tagessertum entnommen, dass du am heutigen Tag im großen Familienkreis ausgiebig feiern wirst. Und ans nahrischer Fein und lieber Freund deiner Familie, ist es mir ein Anliegen, dir diese kleine Wiederbotschaft zu katerieren. Ich hoffe ganz stark und gehe davon aus, dass du dir bereits ein Wildrest, fleirisches Frascherl-Schücherrein aufgemacht hast und diesen großen und wunderschönen Geburtstag an deinem Tag genießen kannst. Ich finde das stark aus der Maust. Ich wünsche dir auch im Namen deiner Familie und aller deiner Freunde nur das aller allerbeste zum Geburtstag. Gesund bleiben und hoffentlich sehen wir uns alle miteinander. Goldräder, um richtig zu feiern.